Gelandet! Als ob... Tada! Du hast zwei Rotoren verloren, ich glaub du schaffst gar nichts mehr... Oh Gott! Was? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Steigt aus! Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Natürlich mal wieder mit dem kompletten Freedom Squad. Das bedeutet, hi Menil, hi Maudado und hallo Zombie! Warte mal, warte Palette! Was denn? Du bist so... boah bist du ripsch heute! Du siehst... Alter siehst du gut aus. Was willst du von mir? Gar nichts! Wollte dir das nur mal gesagt haben. Oh schon! Hast du trainiert? Ey! Leute, das sagt ihr nur weil... Ist deine Stimme heute anders? Weil Aslak Pedissel, wenn ihr oben rechts guckt, ich hab geerbt! Leute! Mein Verwandter aus Arapulco, der hat mir einfach Geld überwiesen! Deswegen wolltest du da immer hin, um den zu besuchen! Du wolltest den bestehen! Nein! Ich wollte den nicht bestehlen! Meine Damen und Herren, am heutigen Tag wird etwas Traumhaftes passieren. Und zwar gibt es Gerüchte... Oh! Hi Maudado! Hallo! Ich wollte gerade bei dem schönen Wetter ein bisschen Fahrrad fahren! Macht man so bei dem Wetter! Und zwar gibt... Oh! Oh Gott! Oh Gott! Herbert im Voraus! Nein! Oh! Leute! Ganz ruhig! Schönen! Beschütz den Meister! Die brunnen sich ja nur... Oh Gott! Hast du gerade... Nee, ich dachte... Er schiebt nicht! Warum schiebt er nicht? Mein Fahrrad! Ich raste aus! Maudado! Aber du kannst bei mir... Oh Gott! Ja, darf ich auch bei dir wohnen? Ich krieg den! Ich will bei dir wohnen, oder? Maudado... Oh! Da hinten fährt er! Maudado steigt schnell ein! Den schnappen wir uns! Den schnappen wir uns! Was ich eigentlich sagen wollte! Es gibt scheinbar ein richtig geiles, krasses Flugzeug! Maudado hat mich darauf aufmerksam gemacht! Und es könnte sein, dass Aslak sein Manni heute dafür... Da vorne! Hol ihn! Ja, ja! Es ist glitschig! Ich schnapp ihn! Bats! Ich hab ihn! Oh Gott! Das war so knapp! Nein, wir passen da nicht mehr durch! Ich glaube... Ist er? Da ist er! Oh! Okay, ich überfeine auch! Ja, wir haben ihn! Ja, du hast ihn! Ja, und hat den Kill! Und Schlingel hat den Kill! So! Ich hab ihn! Maudado! Ja! Du hast das Fahrrad zerstört! Das war der falsche! Ne, das Fahrrad ist noch... Das Fahrrad ist noch ganz! Was? Nein! Tatsächlich! Ja! Das freut mich so für dich, Maudado! Ich hab einfach die Leute dafür umgebracht! Das ist krass! Hat sich gelohnt! Zomber, ich steig schnell auf! Ich hab ihn! Ja! Okay! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Los, schnell! Fahr schnell! Bevor... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Es ist dran! Okay, ich fahr schnell weg! Ey! Was soll denn das? Polizei! Die klauen mein Fahrrad! Wir treffen uns... Wir treffen uns beim Hangar! So! Ich werd mal den Flughafen markieren! Zack! Okay! Oh Gott! Es gewittert! Lass mich einsteigen! Ich will mit paluten! Achso! Ja, warte! Komm! Jetzt liegt er... Lässt er mein Fahrrad einfach liegen! Alter, das ist richtig glitschig! Okay! Oh, nice! Oh! Niceer Stunt! Ich hab ein bisschen Polizei! Hey! Oh Gott! Oh mein! Geht's dir gut! Aua! Stock an! Wo muss ich einsteigen? Ach klar ist die Tür! Oh, schöner Wagen! Bleib schnell! Danke Menil! Mach ihn bitte nicht kaputt! Oh, sehr schnell! Wo ist denn dein Hangar? Wo hast du ihn gekauft? Gekauft hab ich ihn noch nicht! Aber ihr habt mir gesagt, der ist beim Flughafen, dann kaufe ich ein, dann kaufe ich das Flugzeug... Der kann überall sein! Der kann überall auf der ganzen Map sein! Du hast die Auswahl zwischen ganz vielen Hangaren! Achso! Ja, warte! Hangarischen! Zombie, du musst dann gucken... Warte mal, ich mach hier... Oh! Dann... Du bist grad nicht am Lenkrad, oder? Nee! Äh... Verluten das Sterne! Okay! Dann fahr ich weiter! Warte! Warte! Ich mach die kurz weg, warte! Ich ruf meinen Onkel an, der arbeitet bei der Polizei! Hast du auch gehört? Seit wann gibt es denn orangene Helikopter? Verclosure, genau! Okay! Und dann sind da diese blauen Dinger, das sind, glaub ich, die Flug... Ah! Die blauen oder die grünen? Die grünen! Ah, die grünen! Jaja, da hol ich mir hier unten ein! Da holst du die hier unten ein! Jaja, der... Ich hab den beim Militär! Da kann man nämlich dann im Militär rumlaufen! Ah! Aber die unten sind günstiger! Jaja, ich hab... Ganz so viel Geld hab ich dann doch nicht! Oh, Hangar-Stil! Oh ja, das... Den kannst du noch einrichten, aber es wird nur teurer dadurch, also... Geleuchtung... Oh ja, das kostet 50.000 mehr... Nee, Büroeinrichtung... Modern... Och Gott! Nee, nee, nee! Och Gott, ist das alle... Wieso ist denn das so teuer? Ja, wer schön leben will, muss viel zahlen! Kein Wohnbereich... Werkstatt... Oh, jaja, an den Arbeiten! Kaufen! Okay, ich hab's gekauft! Hier! Es hat mich drei Millionen gekostet! Genau, beschischt mich! Ich hab neben ihm geparkt, um ihn abzuholen! Guck mal, da ist ein Helikopter zum Flughafen! Oh ja, perfekt! Danke, Zombie! Bitte! Das ist wirklich sehr nett von dir! Manu, nein! Oh, das war eine Konfetti-Rakete, okay! Okay, steigt ein! Schwein, steigt da aus! Warum denn? Ich hab dir doch gar nichts getan! Und Zombie lebt! Ja? Ich... Ich... Ich wollte dich extra abholen! Aber das wusste ich doch nicht! Ich hab doch grad meine Sachen gekauft! Und dann tötest du mich, Palette! Ich hab dich... Ich hab dich nicht getötet! Oh! Komm gar nicht bei dir warm! Vor allem wurde mein persönliches Fahrzeug zerstört! Ne, das steht hier! Das ist noch hier! Hä? Das ist komplett ganz! Ne, hier steht dein persönliches Fahrzeug wurde zerstört! Oh! Hallo! Au! So, warte mal! Meine Markierung ist wieder da! Ich fahr jetzt zu diesem blöden Ding! Da hinten ist Mordado, oder? Ne, das ist Palette! Oh, oh, oh! Nein! Hallo, Menil! Du, sicher? Ja, schön! Ich hab nämlich auch viel Geld! Nichts so wie andere! Hä? Wo hab ich grad Paluten übersehen? Ja! Ja! Der hat so ein total... Weiß ich nicht... An der Kammer! Ich bin hier unten! Ich hab mich ein bisschen verfahren! Aber ich fahr die Treppen hoch! Geht das? Scheiße geht nicht! Ich muss hier hoch! Hallo! Hallo! Eine Sekunde! Ich brauch kurz eben... Das sind zwei Sitze! Okay! Nein! 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 Ey! Warum tötest du ihn denn? Der hat mich ins Wasser geworfen! Ja und? Du bist da ein bisschen nass! Dann ist er wieder! Mit einem anderen getarnten Wagen! Mega Undercover! Einen billig war nach dem anderen! Kaum ist er reich, muss er nur noch undercover unterwegs sein! Ja, weil die ganzen Leute, die wollen nicht mehr was von mir! Die ganzen Fans, die Gruppies! Ja, ja! Hast du ja am anderen gemerkt mit Manu! Eben! Hä, wieso? Was hat er denn da gem... Versteh nicht! Ja, weil du dich so mega eingeschleimt hast! Ich hab mich überhaupt nicht eingeschleimt, Meister! Hehehehe! 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 Alter, da ist Mautedo! Mit einem Flugzeug! Ja, ich flieg weg! Nein! Du kannst gleich bei mir mitfahren! Ja, ich komm gleich wieder! Palette! Oh! Was denn? Ich hab's geschafft! Ich bin durchgekommen damit! Hallo! Schick mich! Hi! Ich bin langsamer als ein LKW! Ja genau, hier vorne ist mein Hangar! Wir öffnen dir jetzt auch immer die Tore, wenn du hier einen Hangar hast! Echt? Ja! Die lassen dich dann rein vorne einfach! Kannst du mir das auch kaufen? Ja, klar! Au! So schnell ra... Boah! Oh, der brennt sogar! Nein, der brennt sogar! Was? Okay, einfach rein! Zack! Oh Mist! Ich komm noch nicht rein! Ich darf nicht! Ich betrete den Hangar! Ich glaub, es wird auch... Ah nee, 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 wir können da nicht rein! Außer du machst einen Club auf! Es wird, glaub ich, auch Zeit, dass ich mir bald mal ein neues Outfit hole! Alter, das steht... Moment mal! Da liegen zwei Leute auf dem Bogen! Schlafen die? Ja, ja, sind müde! Ah, okay! Ha! Ich bin im Hangar! Nice one! Okay! Wo kann ich jetzt Flugzeuge kaufen? Greife Free Trade Shitting App... Äh, Shipping! Ups! Shitting App! Äh, bei Vostok und bei Elitias Travel kannst du, glaub ich, Sachen kaufen! Aber ich glaub, die meisten bei Vostok! Ja, ich hol mir den Tool an! Da haben wir auch alle Platz! Aber, aber, wo ist der denn jetzt? Es dauert ein paar Minuten, bis der dann in deinem Hangar ankommt, glaub ich... ...so ne SMS... Ja, die, die... Der könnte sich nicht hin teleportieren! Für das Geld eigentlich schon, doch! Ja, für das Geld sollte der einiges mehr können, aber ich steig jetzt! Soll ich dir natürlich auch das Batmobil holen! Oder den neuen Heli! Oh, das ist Motorrad! Ah ne, da brauchst du noch nen Bunker! Das wird, glaub ich, bisschen teuer! Oh, das Motorrad musst du dir echt besorgen! Ja, das... Du brauchst noch nen Bunker! Das ist aber auch das Wichtigste! Hallo Schlengjöl! Oh, hey! Na? Hi! Oh, ist Paluten endlich frei? Oh! Aua! Nein! Was?! Endlich kann ich mal looten! Oh, du bist ja tot! Oh mein... Das war sowas dann nicht geplant! Vor allem, ich hätte dich gar nicht getroffen, wenn die Laterne nicht gewesen wäre oder was was da ist! Weil ich bin doch in nicht reingefahren! Alles gut! Nein, nein! Du sponst sogar auf dem Flughafen jetzt! Warte mal, Mordado! Ich hab was für dich! Ich hab ein Geschenk für... Nein, warte Palette! Leute, drückt die Daumen, dass er da ist! Ja! Bitte! Er ist da, hab keine Angst! Ich drück auch meine Füße! Ui! Uuuuund... Ja! Er ist da! Nice one! Hast du auch so eine Tuning-Werkstatt mitgenommen oder hast du die weggelassen? Doch, ich... Nee, die hab ich, glaub ich, gekauft! Ah ja, dann kannst du einsteigen und irgendeine Richtung drücken und dann kannst du den noch tunen. Oh, was? Das kostet natürlich wieder ein bisschen was. Okay, ich steig ein... Aber du bist ja jetzt reich! Ja! Modifizieren! Zack! Panzerung? Ja! Design? Alter! Ja, so ist es cool! Oder? Und Farbe kannst du auch noch ändern dann, trotz Design. Ja, genau! Achso, trotz Design? Achso! Ich komm jetzt, Leute! Das wär so ein bisschen Karma! Hangar... Luft... Hangar verlassen! Ja! Da bin ich, Leute! Äh, ach da hinten links, okay! Da ist das gelbe, orange, rote Flugzeug! Hast du einen Toro benutzt? Ne, hab ich noch nicht. Weiß leider auch nicht ganz genau, wie ich den benutze. Wahrscheinlich? Oh, hat die Bombe abgeworfen! Ja, ich hab mich, werf Bomben ab! Hey, Ballee! Hey, Ballee! Hi, Schlängel! Ah, jetzt hier das Drücke! Abwurfkamera! Ah, ich kann auch... Ach, krass! Yo! Alter Schwede! Bombe abzuwerfen für... Steuerung R für einen Bombenteppich! Yo! Mal gucken, wie das knallt! Oh, geht ab! Achso, ja, ich hol euch! Wartet! Ich hab auch gerade, glaub ich, den Modus gewechselt! Bist du hier? Ja, da bist du! Warte! Werf Bomben ab, wenn wir unter dir sind, okay? Und? Komm! Mach, mach, mach! Ah, schade! Ja, ich kann... Das ist schwer! Erfolgreich gelandet! Oh, oh! Okay, ich versuch schnell einzusteigen! Warte, ich lande! Ich lande! Oh, ich hab das Ding auf jeden Fall gerade umgeschaltet! Warte! Brems doch! Oh, Menjel! Ah! Wie du's immer kaputt machst! Hä? Ich bin doch ausgewichen! So, warte! Ich muss jetzt ja nur irgendwie... Nee, dafür muss ich wieder landen! Ja, warte! Ich komm, ich komm, ich bin da! Ich bin da! Was? Ich bin da! Ich bin mit dran! Wo bist du denn? An dir ran! Achso! Ach, da hinten! Okay! Ach nein, ich hab für die Signale... Ach, ich hab grad die Sterne weggemacht! Jetzt kommt Pan und tot, bringt hier wieder neue mit! Ja, ich hab für die Signale auch Sterne bekommen! Okay! Ja, dann ist es nicht schlimm! Aber wie mach ich diesen Schnellstart? Geht so nicht! Die müssen nach vorne gerichtet sein! Okay! Ja, mit E wechsel! Ich halt diesen Modus! Ja, auf jeden Fall gucken! Erstmal brauchen wir eine gerade Fläche für den Schnellstart! Sonst sprengen wir uns nicht! Vielleicht Shift! So! Maudato, komm rein! Oh ja, es ist Shift! Maudato! Glück gehabt! Nein! Gutes Timing! Danke! Alter! Das beste Flugzeug der Welt! Den- 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 Den! Und jetzt Bomben! Und dann Bomben einfach die Stadt weg! Okay! Und es kann auch im Wasser landen! Und es kann auch im Wasser landen! Und damit jetzt auf der Maze Tower landen! Ja, stimmt! Ja! Im Wasser! Da bin ich mal gespannt! wieder. Wahrscheinlich muss es nach oben gelandet. Als ob. Tadaa. Wie krass ist das denn? Jetzt kommst du aber nach oben Richtung. Hier kannst du auch den Schnellstart im Wasser machen. Oh, aber du brennst, oder? Kann das sein? Ja, du bist so schnell ins Wasser gegangen. Ja, deine rechte Seite brennt. Was? Nein, nein, das ist ein Teil abgebrochen. Alles okay. Stimmt, da ist wirklich nur ein Teil ab. Brennen wir? Ja, aber im Wasser darf man auch nicht. Du kannst einen Schnellstart machen in der Theorie. Okay. Dann mach mal. Achso, in die andere Richtung. Ich würd mich noch drehen. Nee, nee, das schaffen wir. Glaub mir. Oh, du hast zwei Rotoren verloren. Ich glaub, du schaffst gar nichts mehr. Oh Gott. Was? Oh Gott. Oh Gott. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Steigt raus. Steigt raus. Ich lebe. Ich lebe. Du bist ja gar nicht mehr drin. Ich bin da ausgestiegen. Wenn ihr da aussteigt, währenddessen ihr an dieser Maschine sitzt oben, ihr seid instant draußen. Sofort. So Leute, das war's mit dem heutigen Part. Lasst ne Bewertung da. Schaut unbedingt bei Zombie Modern und German Let's Play vorbei. Und auch noch ein traumhafter. Klar, schaut rein. Tschüss. Tschüss. Tschau, tschau. Tschüss.